Wir alle haben es beobachtet und uns gefragt, warum das so ist. Jetzt ist es an der Zeit, diese uralte Frage zu beantworten. Warum beschnüffeln sich Hunde gegenseitig am Hintern? Kurz gesagt, es ist die effektivste Methode, um sich kennenzulernen und zu begrüßen. Aber warum schnüffeln Hunde gerade am Hintern und nicht an den anderen Teilen ihrer Artgenossen? Werfen wir einen Blick auf dieses scheinbar bizarre Verhalten. Wenn ein Hund einen anderen mit der Nase im Hintern begrüßt, erhielt er im Grunde eine kurze Biografie seines neuen Freundes in Form von Duftmolekülen und Pheromonen. Zwei Beutel, die sogenannten Analbeutel, produzieren diese Duftstoffe, die anderen Hunden Informationen über die Gesundheit und den Fortpflanzungsstatus, das Glück, das Geschlecht, den Besitzer und die Ernährung des Tieres liefern. Hunde sind aber nicht die einzigen Lebewesen, die sich auf diese Art und Weise kennenlernen. Es gibt noch andere Tierarten, deren Analdrüsen Pheromone absondern, die ihre Informationen an andere weitergeben. Katzen zum Beispiel haben auch aktive Analdrüsen. Diese Drüsen produzieren stark riechende Sekrete, die anderen Tieren chemische Signale über die Identität der Katze senden. Aber warum schnüffeln Hunde an den Hintern von Haustieren und nicht an den ihrer menschlichen Freunde? Nun, bei diesem Verhalten geht es nicht wirklich um den Hintern, sondern um die Position dieser aktiven Drüsen. Wir Menschen sind etwas anders gebaut und die Schlüssel zu unserer Identität befinden sich nicht an denselben Stellen. Während das Schnüffeln am Hintern also eher ein Verhalten von Tier zu Tier ist, gibt es das Drüsenschnüffeln bei vielen Arten der Erde. Schnüffeln am Hintern ist ein ganz normales Hundeverhalten und der beste Weg für zwei Haustiere, sich kennenzulernen. Wenn du jedoch Bedenken hast, wie dein Hund auf andere Hunde zugeht, kann ein erfahrener Verhaltenstherapeut helfen, deinem Hund beizubringen, seinen Enthusiasmus oder seine Aggression zu zügeln und ihn ruhiger an andere Hunde heranzuführen. Du könntest deinem Hund auch beibringen, sich zu setzen und zu bleiben, wenn er anderen Hunden begegnet und den Halter des sich nähernden Hundes bitten, den Raum deines Hundes zu respektieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.